Liebe Silke, du hast ja heute im Seminar teilgenommen, Blogs selbst erstellen. Du hast ja am Anfang so ein klein bisschen Skepsis gehabt und hast gedacht, oh, das ist ein Thema jetzt für mich. Ja, wie geht es dir jetzt? Ganzen Sonntag geblockt, was hast du jetzt für ein Feeling? Also für mich ist es, das war überhaupt nie meine Materie, obwohl ich das schon spannend finde, aber immer so eine Skepsis hatte, mich mit den Dingen auseinanderzusetzen, weil ich es viel zu kompliziert immer fand. Aber ich muss sagen, es war ein toller Tag heute und ich habe viel gelernt und ich bin überrascht, wie einfach es doch geht, wenn man sich mal einmal die Entscheidung fasst, sich damit auseinanderzusetzen und ich freue mich, dass ich es jetzt selber kann. Ja, das finde ich ganz, ganz klasse toll. Auch herzlichen Glückwunsch an dich, dass du einfach dich durchgerungen hast, dass du gesagt hast, komm, ich bin dabei, ich mache das ganz einfach. Das ist einfach sehr, sehr wichtig für mich. Es gehört heute einfach dazu als Unternehmer. Was würdest du all den Menschen draußen empfehlen, die heute nicht dabei waren? Es ist schön, sich damit auseinanderzusetzen, auch wenn man überhaupt keine Ahnung hat, weil es doch hinterher ein tolles Gefühl ist, selbst das in der Hand zu haben und sich zu promoten. Ja, super. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, wünsche dir viel, viel Erfolg und ja, welcome in der Blogszene. Dankeschön. Sophie, danke dir.